Da Weihnachten und Silvester für einige Familien dieses Jahr wohl getrennt stattfinden wird, wäre es doch schön, wenn wir ein schönes Gesellschaftsspiel hätten, das wir über die Ferne gemeinsam spielen könnten. Und da bietet sich eigentlich das Spiel Among Us an. Der Einstieg ist relativ einfach und die Aufgaben sind für jeden leicht zu lösen. Das Spiel gibt es für den PC, für den Mac und auch für die Smartphones. Das heißt, die Eltern und Oma und Opa können bei diesem Spiel problemlos mitspielen. In diesem Video richte ich mich genau an Familien, die das Spiel spielen möchten. Und um das zu ermöglichen, gibt es jetzt hier einen ganz niedrigschwelligen Einstieg. Wir schauen uns einfach die Grundfunktionen an und wie das Spiel funktioniert. Das Spiel gibt es in zwei Varianten. Es gibt einmal die Version auf Steam, das heißt, ihr könnt an eurem PC spielen. Oder was wahrscheinlicher ist, wenn ihr mit euren Eltern und Großeltern spielt oder wenn mir gerade die Eltern und Großeltern zuschauen, dann habt ihr das Spiel wahrscheinlich gerade auf eurem Smartphone gestartet. Egal, welche Version ihr spielt, die Bedienung ist identisch. Also, ihr könnt mir quasi jetzt mit beiden Geräten folgen. Wenn ihr ein Android-Smartphone habt, dann installiert ihr das Spiel über den Google Play Store. Wenn ihr ja Steam habt, dann über Steam. Bei iOS wird es dann wohl der App Store sein, in dem das Spiel installiert wird. Wenn man das installiert hat und gestartet hat, landet man genau hier in diesem Bildschirm. Das Problem bei Among Us ist aktuell noch, dass es keine deutsche Übersetzung gibt. Wir müssen also Englisch spielen. Es gibt auch einen kleinen Bug in dem Spiel. Das heißt, wenn ihr das erste Mal jetzt hier reinkommt, dann drückt einfach hier auf Free Play, wählt hier oben die Karte Veskelt aus und dann bin ich erstmal auf der Karte. Und jetzt gehe ich hier oben auf das Zahnrad und sage Leave Game. So, jetzt kann es sein, dass ihr so ein Announcement-Fenster bekommt. Das könnt ihr mit X einfach schließen. Das irgendwie ist ein Fehler im Spiel. Hatte ich schon öfters mal, dass man einmal kurz in Free Play muss und dann kommt diese Benachrichtigung. Gut, aber jetzt sind wir startklar. Wir wollen online spielen, weil wir wollen ja zusammenspielen. Dementsprechend klicke ich hier einmal auf Online. Hier oben ist ganz wichtig, dass ihr euren Namen eingibt. Am meisten Spaß macht es, wenn das kein Fantasienamen ist, sondern natürlich euer echter Name ist. Um ein Spiel zu erstellen, klickt man hier oben auf Create Game. Aber in der Regel hat wahrscheinlich euer Enkel, eure Kinder schon ein Spiel erstellt. Die geben euch einen sechsstelligen Zahlencode durch und den gebt ihr dann hier unten ein und startet das Spiel. Um den einzugeben, klicke ich hier drauf, gebe dann die sechs Buchstaben ein. Ich habe Zahlencode gesagt, ich habe Buchstaben gemeint. Und ja, dann kann man starten. Den Raum gibt es hier nicht. Na, den habe ich jetzt gerade erfunden. Und wenn ich dann hier drauf drücke, dann muss ich was eingeben. Also wichtig hier in dem Fenster ist, bei Private hier unten den Code eingeben und oben den Namen richtig eingeben. Das Video ist jetzt, wie ihr bestimmt schon gemerkt habt, in verschiedene Kapitel unterteilt. Wir schauen uns jetzt in diesem Kapitel einmal an, wie die Steuerung funktioniert. Dazu bin ich jetzt am PC. Wenn ich euch die Steuerung am PC erklärt habe, springen wir zur Steuerung am Smartphone. Ihr könnt die Teile natürlich einfach überspringen, je nachdem, was jetzt für euch relevant ist. Ich werde jetzt nicht alles bis ins Detail erklären, aber einfach mal ganz grob. Man kann in dem Spiel durch verschiedene Räume laufen. Dass man weiß, wo man ist und seine Aufgaben erledigen kann, muss man erst mal die Karte aufmachen. Dazu gibt es diesen Knopf hier. Einfach mal draufklicken und dann hat man eine Übersicht, was es für Räume in dem Spiel gibt. Dort, wo ihr die gelben Ausrufezeichen seht, warten Aufgaben auf uns, aber das ist ein Thema für ein anderes Kapitel in diesem Video. Mit den Tasten W, A, S, D oder mit dem Pfeiltasten auf der Tastatur kann ich hier meine Figur bewegen. Die läuft dann lustig nach oben und nach unten. Ich kann auch gleichzeitig die Karte aufmachen. Das geht mit der Tabulator-Taste oder halt oben hinklicken, wie wir es vorhin schon gemacht haben. Und dann sieht man, dass Männchen auch auf der Karte mit rumlaufen. Also das ist die grobe Steuerung. Was müssen wir noch wissen? Wenn ihr Crewmate seid, dazu kommen wir dann später, was das genau ist, können wir diese Benutzentaste haben wir hier noch. Die heißt hier Use. Auf der Tastatur ist das E zum Beispiel. Oder wir können draufklicken. Ich demonstriere euch das mal. Und wir gehen mal zur ersten Aufgabe hin. Und dann kann ich euch zeigen, wie ihr die benutzt. Hier sieht man jetzt so gelb markierte Teile. Da stelle ich mich einfach davor und drücke jetzt auf Use. Zu deutsch benutzen. Und jetzt kann ich hier so eine kleine Aufgabe lösen. Zum Aufgabenlösen kommen wir später noch. Ich wollte euch nur jetzt mal zeigen, wie man in so eine Aufgabe reinkommt. Wenn ihr Imposter seid, also nicht Crewmate, dann habt ihr statt Use hier zum Beispiel noch die Möglichkeit Kill, also jemanden zu töten. Oder Sabotage, also das Raumschiff zu sabotieren. Da wird einfach aber auch nur draufgeklickt. Da gibt es jetzt auch nichts Spezielles zu erklären. Kommen wir dann zu den Besonderheiten bei Android. Eigentlich wollte ich das gar nicht zeigen, aber ich zeige es jetzt noch schnell. Also wie können wir das Spiel installieren? Ich bin jetzt im Play Store. Ich gebe einfach Among Us ein, klicke hier auf Installieren und warte kurz, bis es dann installiert ist. Wenn es installiert ist, klicke ich einfach auf Öffnen. Und jetzt ist das Spiel hier offen. Ihr seht, dass ich ein paar Grafikfehler habe. Ignorieren wir jetzt kurz. Hier gehe ich einfach auf I Understand. Und jetzt mache ich wieder diesen Trick mit Freeplay, den ich vorhin schon gemacht habe. Einmal kurz ins freie Spiel und dann mit Leaf Game wieder zurück. Und jetzt bekomme ich hier diesen Announcement gedönst. Das kann ich einfach wegklicken. Das sieht doch geil aus hier. Also wie können wir jetzt hier steuern und spielen? Dazu gehe ich wieder auf Freeplay, Skelt. Ich probiere gerade mal, ob die Tastatur hier funktioniert. Nein, die funktioniert hier nicht. Ich bin jetzt im Joystick-Modus. Bei Android gibt es zwei Modi. Da kann ich hier auf Einstellungen gehen. Es gibt den Touch und Joystick-Modus. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Gibt es nichts, was besser oder schlechter ist. Der Joystick-Modus funktioniert so, dass ihr hier links unten diesen Kreis habt. Dort drückt ihr quasi mit eurem Finger drauf. Haltet gedrückt. Und könnt jetzt diesen Bubbel hier hin und her schieben. Und da, wo ihr den hinschiebt, da läuft jetzt eure Figur auch hin. Schiebe ich den also nach rechts, läuft die Figur dauerhaft nach rechts. Und so kann ich jetzt hier steuern. Genau, das ist der Unterschied halt zum PC. Ansonsten habe ich hier oben auch die Karte, die ganz wichtig ist. Ich habe die gelben Ausrufezeichen wieder, die uns zeigen, wo die Aufgaben sind. Ich kann auch hier die Karte auflassen und rumlaufen. Das funktioniert auch. Und wer gerne anders spielt, der kann hier oben den Touch-Modus aktivieren. Das heißt, die Figur läuft dann dahin, wo ich jetzt mit der Maus hinklicke. Hier seht mein Mauszeiger. Ich bin zwar jetzt auf Android, aber trotzdem kann man da eine Maus haben. Schaut mal, wer da steht. Da steht doch sogar jemand. Ein Dummy. Wunderschön. Ja, aber hier kann ich halt einfach, genau, einfach dahin zeigen oder gedrückt halten, wo das Männchen hinlaufen soll. Auch hier habe ich wieder eine Aufgabe. Gleiches Prinzip wie am PC. Vor die Aufgabe stellen. Aufgaben werden hier gelb markiert. Und dann auf Benutzen drücken. Und dann geht schon die Aufgabe los. Das war es schon. Genau, der Dummy, der will hier nicht mitspielen. Okay, ich bin aber auch kein Imposter. Naja, gut. Das ist es erstmal grob zur Steuerung. Wenn ihr Imposter seid, dann habt ihr wie gesagt noch Sabotage oder Kill zur Verfügung. Aber auch das wird einfach gesteuert mit draufklicken. Da gibt es jetzt auch nichts Spannendes zu erklären. Jetzt kommt ein kleiner Einschub. Jetzt kommen wir von der technischen Seite weg von dem Spiel. Sprechen wir mal über den Spieleinhalt und um was es eigentlich geht. In dem Spiel spielen zwei Gruppen gegeneinander. Das eine sind die Crewmates. Das andere sind die Hochstapler, also die Imposter. Crewmate bedeutet so viel wie Crewmitglied. Imposter bedeutet Hochstapler. Diese beiden Gruppen spielen gegeneinander. Jetzt kommt der wichtige Teil. Niemand im Spiel weiß, ob der andere Mitspieler ein Crewmate oder ein Imposter ist. Und das gilt es jetzt herauszufinden. Der Imposter, also der Hochstapler, kann Crewmitglieder töten. Wenn er das tut, sollte er sich nicht dabei von einem anderen Crewmitglied erwischen lassen. Sieht einer der Crewmitglieder, wie ein anderes Crewmitglied von einem Imposter, also Hochstapler, getötet wird, kann er den Totenkörper melden und es wird ein Treffen einberufen, in dem diskutiert werden kann oder herausgefunden werden kann, wer der Imposter ist. In diesem Treffen wird dann auch abgestimmt, wer aus der Luftschleuse geschmissen wird. Die Hochstapler können auf zwei Wegen gewinnen. Zum einen haben sie die Möglichkeit, das Raumschiff so zu sabotieren, dass das Spiel für die Crewmitglieder verloren geht. Die andere Möglichkeit ist, einfach alle an Bord umzubringen und sich dabei halt nicht erwischen zu lassen. Man muss da auch geschickt lügen können in den Treffen und so immer eine gute Ausrede parat haben. Man sollte auch immer so tun, als würde man gerade an Aufgaben arbeiten, sodass nicht erkannt werden kann, wer der Imposter ist. Imposter haben auch noch ein paar Spezialfähigkeiten. So können sie zum Beispiel in Lüftungsschächte krabbeln und wenn das wiederum einen Crewmitglied sieht, dann hat sich auch der Imposter verraten. Am besten spielt man halt in der ersten Runde einfach mal so eine Proberunde, wo man die ganzen Spielmechaniken ausprobieren kann. Dann ist das auch alles gar nicht so dramatisch. So, was muss ich jetzt also machen, wenn ich Crewmate bin in dem Spiel? Naja, als Crewmate laufe ich hier eigentlich nur rum und erledige Aufgaben die ganze Zeit und muss darauf achten, dass mich im besten Fall niemand tötet. Ich mache also einmal meine Karte auf und hier sehe ich ja eine ganze Menge gelber Ausrufezeichen. Und da kann ich jetzt halt hinlaufen und meine Aufgaben erledigen. Zum Beispiel kann ich hier eine Karte durchziehen. Die Karte ist hier im Geldbeutel drin, die ziehe ich einmal nach oben. Jetzt muss ich die nach rechts durchziehen. Habe ich das jetzt schon richtig gemacht? Ne, nochmal. Zu langsam, sagt er mir hier. Nochmal probieren. Too slow heißt zu langsam und jetzt war ich schnell genug. Damit ist die Aufgabe erledigt und das Ausrufezeichen verschwindet. Nächste Aufgabe. Hier leuchtet es wieder gelb, stelle ich mich davor, drücke auf benutzen und hier ist jetzt so ein Ding markiert. Ziehe ich einfach nach oben. Und damit ist die Aufgabe auch so halb erledigt, denn jetzt muss ich noch zu Shields laufen. Es gibt manchmal Aufgaben, die hängen zusammen. Das seht ihr dann daran, dass es immer ein gelbes Feilchen gibt nach dem Erledigen der Aufgabe. Zack, Sicherung hergestellt. Gut, jetzt muss ich noch in den Reaktor nach drüben. Hier muss ich jetzt einfach die Folge nachklicken. So, und damit wäre jetzt theoretisch, werden die Aufgaben abgeschlossen. Hier geht es jetzt natürlich von vorne los. Jetzt habt ihr gesehen, was ihr machen müsst, wenn ihr Crewmate seid. Wir schauen uns jetzt einmal an, was wir machen können, wenn wir Imposter sind. Dazu starte ich jetzt mal das Spiel als Imposter. Das heißt, ich habe ja auch einen roten Namen. Natürlich weiß nur ich, dass ich der Imposter bin und alle anderen sollten das möglichst nicht erraten. Ich habe ja auch eine Zeit, in der ich niemanden umbringen darf. Das ist der Cooldown, der ist jetzt aber schon abgelaufen und ich kann zum Beispiel mal was sabotieren. Ich kann zum Beispiel O2 sabotieren. Das heißt, die Crew bekommt keinen Sauerstoff mehr und muss jetzt innerhalb von 26 Sekunden das Ganze lösen. Oder sie haben verloren. Hier müssen sie zum Beispiel einen Code eingeben. Ich kann das auch selber machen übrigens. Macht natürlich wenig Sinn als Imposter, außer ich werde dabei erwischt. So, also das ist eine Möglichkeit, das Spiel zu gewinnen. Und das ist, glaube ich, nicht möglich, dass ich jetzt noch in 8 Sekunden das zweite löse. Ich probiere es mal. Aber da muss halt die Crew zusammenarbeiten. Und genau, jetzt wäre das Spiel verloren. Und wir fangen jetzt wieder von vorne an. Gehe mal wieder hier raus. Ich kann Türen schließen, kann ich euch mal zeigen. Ich habe jetzt zum Beispiel hier die Tür geschlossen. Oder ich glaube, als Imposter, weiß ich gar nicht. Ne, da geht es ja irgendwann wieder auf. Genau, ja. Einfach warten, bis die Tür wieder aufgeht. Also ihr könnt so ein bisschen das Spiel für eure Mitspieler verlangsamen. Was könnt ihr als Imposter noch machen? Hier habt ihr zum Beispiel diesen berühmten Wend. Das ist ein Lüftungsschacht. Wend genannt. Da kann ich mich drin verstecken. Sollte aber niemand sehen von den anderen Mitspielern. Weil nur ich als Imposter kann das. Und ich kann jetzt hier aus dem Andern wieder raushüpfen. Also reinhüpfen. Auf die Pfeile klicken. Und hier raushüpfen. Blau hätte das jetzt gesehen. Und wüsste, dass ich der Imposter bin. Und würde das jetzt möglichst mit den Andern teilen. Das wissen. Und ja, dann würde ich wahrscheinlich aus der Luftschlöße fliegen. So. Aber ich kann den auch einfach umbringen. Ihr seht hier, sobald ich mich einer anderen Spielfigur näher, leuchtet hier unten ein Kill auf. Und wenn das aufleuchtet, zack, kann ich den einfach umsäbeln. Denn die Leiche mit dem Knochen, der da schon rausguckt, die liegt dann einfach hier rum. Ich kann jetzt aber auch als Imposter hergehen und sagen, ich melde die Leiche. Das könnt ihr natürlich als Crewmitglied ja sowieso. Und dann müsst ihr es quasi auch machen. Aber als Imposter kann ich auch vortäuschen, jetzt hier die Leiche zu melden. Klicke ich einfach auf Report. Und dann gibt es ein Meeting. Und ja, der ist ja tot. Und jetzt wählen die schon alle. Ich bin mal gespannt, wen die wählen. Naja, okay. Okay, alle sich gegenseitig und damit fliegt hier niemand raus. Gehen wir mal auf Proceed. Ja, und so muss ich jetzt Schritt für Schritt vorgehen. Ich muss hier möglichst viel sabotieren. Ich muss hier möglichst viele meiner Mitspieler unbemerkt umbringen. Und dieses Kriechen in die Ventilationsschächte hat halt den Vorteil, dass ich mich schnell von der Leiche zum Beispiel wegbewegen kann und den Verdacht auf jemand anderes lenken kann. Und das kann ich jetzt zum Beispiel nur mit zwei Leuten lösen. Und da ich ja hier nur alleine bin, tja, wird das Raumschiff jetzt abstürzen. Der Dummy spielt hier ja nicht mit. Also kehle ich den einfach mal weg. Das sind also die zwei Spielszenarien, die ihr habt. Entweder als Imposter oder halt als Crewmate. Ich hoffe, das Video hat euch jetzt den Einstieg in das Spiel erleichtert und bitte macht euch nichts daraus. Wenn ihr euch gegenseitig in der Familie umbringen müsst, dann müsst ihr die Gefühle, die ihr sonst an Weihnachten habt, diesmal nicht verbergen wenigstens. Wenn das Video für euch oder für andere als Anleitung hilfreich war, dann freue ich mich natürlich jetzt über ein Abo und ich blende euch im Abspann noch ein paar weitere spannende Videos ein. Bis zum nächsten Mal.